In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du auf deinem iPad ein E-Mail-Konto einrichten kannst. Ist auf deinem iPad noch kein E-Mail-Konto eingerichtet, reicht es, wenn du auf das Mail-Symbol klickst und schon hast du die Auswahl, ob du ein iCloud, ein Exchange, ein Google, ein Yahoo, ein AOL, ein Outlook.com-Konto oder ein anderes Konto einrichten möchtest. Hast du allerdings schon ein Mail-Konto eingerichtet und möchtest zusätzlich noch ein Mail-Konto einrichten, funktioniert das Ganze über die Einstellungen. Ich klicke also hier auf Einstellungen und wähle dann links in der Seitenleiste den Menüpunkt Mail. Danach siehst du nun hier als zweiten Punkt Accounts. Darauf klicke ich und ich kann nun einen Account hinzufügen. Dieses Fenster kennst du nun bereits aus dem E-Mail-Programm und wir richten uns hier nun unser Mail-Konto ein. Wenn du, so wie wir, in der Schule Microsoft 365 nutzt, musst du ein Microsoft Exchange-Konto einrichten. Ich klicke nun also auf Microsoft Exchange und gebe hier meine E-Mail-Adresse ein. Als nächstes kannst du noch eine Beschreibung einfügen und mit einem Klick auf Weiter wirst du nun zum nächsten Fenster geführt. Dein iPad weiß, dass es sich um einen Exchange-Account handelt. Deshalb kannst du mit einem Klick auf Anmelden die Einrichtung beschleunigen. Ich klicke nun auf Anmelden und es öffnet sich das Microsoft-Anmelde-Fenster. Ich gebe hier nun mein Kennwort ein und da ich bei meinem Kennwort eine Multifaktor-Authentifizierung eingerichtet habe, muss ich die Anmeldung nun noch zusätzlich auf meinem Smartphone bestätigen. Sobald ich angemeldet wurde, kann ich nun auswählen, welche Dinge ich mit meinem iPad synchronisieren möchte. Sollen das nun die E-Mails sein oder auch meine Kontakte, mein Kalender, meine Erinnerungen und meine Notizen. Ich möchte hier alle fünf Dinge synchronisiert haben und klicke nun auf sichern. Der Account wurde nun hinzugefügt und du siehst, ich habe einerseits meinen iCloud-Account und nun meinen Phil-Schule-Account mit meiner schulischen E-Mail-Adresse. Unter dem Menüpunkt Datenabgleich kannst du nun noch einstellen, wie die Daten abgeglichen werden sollen. Entweder per Push, das bedeutet die Daten werden automatisch, wenn möglich vom Server auf das iPad gepusht oder du kannst Push auch deaktivieren. Im Menüpunkt Abrufen kannst du nun noch einstellen, ob die Daten sofort automatisch weitergeleitet werden oder ob du das Ganze nur manuell, stündlich, alle 30 Minuten oder alle 15 Minuten machen möchtest. Ich habe gerne Push aktiviert und lasse auch meine Nachrichten und Aktualisierungen automatisch abrufen. Und somit ist nun mein schulisches Konto fertig auf meinem iPad eingerichtet. Mit einem Klick auf den Home-Button gelange ich wieder zum Homescreen und wenn ich nun auf das E-Mail-Programm klicke, bekomme ich nun noch die Frage, ob E-Mail mir Mitteilungen senden darf. Ich erlaube die Mitteilungen, damit ich über neue E-Mails benachrichtigt werde und mit einem Klick links oben auf Postfächer gelange ich nun in die Übersicht und sehe hier meinen Phil-Schule-Account und es wurden auch alle Ordner, die ich angelegt habe, bereits synchronisiert. Wenn auch du also nun ein iPad von der Schule zur Verfügung gestellt bekommst und du der alleinige Nutzer oder die alleinige Nutzerin bist, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dein schulisches E-Mail-Konto auf deinem iPad einzurichten.